Positives Fazit von heute, ein gutes Spiel gemacht, vielleicht nach hinten raus, klar, ein bisschen glücklich, aber insgesamt verdient werden. In der ersten Halbzeit haben wir es klar dominiert. Wir haben dieses Champions League Mindset, Mentalität, einige Phases zu verstehen, wann haben wir die Kontrolle, wann müssen wir leiden. Die Champions League ist zu kämpfen, kompetitiv zu sein und heute war ein gutes Beispiel. Und am Schluss zählen die Punkte, egal wie. Und glücklich, dass wir heute die nächsten drei geholt haben. Meiner Meinung nach einmal mehr Kontrolle gehabt. Wir hätten vielleicht das 2-0 eher schießen können, aber insgesamt glaube ich auch verdient der Sieg. Nein, ich habe ja etwas dazu gesagt und Sven Ulreich hat sich bei mir auch gemeldet und das ist für mich auch erledigt.